Moonball, Episode Nummer 12. Mein Name ist Stefan. Das hier ist das kleine Zwischenformat vom Kleintennis, wo ich keine Interviews führe, sondern aus meinem persönlichen Tennisalltag erzähle, was mich beschäftigt, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und euch so ein bisschen daran teilhaben lasse, wie mein Tennisleben sich gerade so entwickelt. Ja, und da schulde ich euch ja jetzt erstmal das Endergebnis des Kampfes um den Klassenerhalt in der Bezirksklasse B. Die Mannschaft, für die ich gemeldet bin, für die ich leider nichts gewinnen konnte in dieser Saison, kämpfte ja massiv gegen den Abstieg und es lag jetzt alles daran, ob man am letzten Spieltag gewinnt und gleichzeitig sich auf die Mannschaft aus Solingen verlassen konnte, dass dieser auch gewinnt. Und gleichzeitig deren Aufstieg sichert und uns damit Schützenhilfe leistet zum Klassenerhalt. Und ja, der Sportromantiker in mir würde euch jetzt gerne ein wahnsinnig spektakuläres Saisonfinale erklären und ich muss das recht unspektakulär quasi auflösen. Denn tatsächlich war an dem Medienspieltag am Sonntag um 12.30 Uhr ungefähr alles klar, denn da kam die Meldung einerseits, dass der Solinger TB mit 5 zu 0 nach Einzelnen bereits vorne liegt und nicht mehr eingeholt werden kann. Und wenige Minuten später war das auch in Hilden der Fall. Auch wir lagen da 5 zu 0 vorne, haben da mit Top-Besetzung gegen eine doch leicht oder eher stark geschwächte Mannschaft antreten können und hatten dann gegen Halb 1 quasi alles klar gemacht. Und es stand fest, dass unsere Mannschaft weiter in der Bezugsklasse B bleiben darf. Und ja, wie gesagt, nicht groß spektakulär, alles irgendwie recht souverän gewonnen. Und wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir da jetzt durchgekommen sind. Das war nämlich eine Liga, die extrem eng und dicht beieinander war. Der Aufsteiger hat auch nicht alle Medienspiele gewonnen und der Absteiger hat halt eins gewonnen und davor rangieren dann, glaube ich, drei Teams, die auch zwei Siege jeweils geholt haben. Ich werde euch die Tabelle und die Seite auf New Liga natürlich verlinken in den Shownotes, dass ihr mal gucken könnt. Aber das war eine sehr, sehr knappe Sache und wir können da froh sein, dass wir das geschafft haben und weiter der Bezugsklasse B erhalten bleiben. Ja, und jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen auf mich blicken, was die Medienspiel-Saison angeht. Natürlich bin ich nicht zufrieden damit, weil ich keinen Punkt geholt habe. 0 zu 3 Einzel, 0 zu 2 Doppel und eigentlich nur in einem Einzelnen eine Chance gehabt. Da bin ich im Match-Tabell-Break gescheitert. Das war mein erstes Medienspiel, was ich absolviert hatte. Danach ging nichts mehr, war aber auch ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass ich da einmal zu hoch gespielt habe. Da musste ich an Position 4 ran und einmal auch einen viel zu starken Gegner hatte und wir dann normalerweise auch, wenn wir Bestbesetzung gehabt hätten, nicht mit mir gestartet wären und das da auch angemessener gewesen wäre, aber nicht zu vermeiden war. Von daher, das war halt jetzt so, das ist halt jetzt nicht optimal gelaufen, aber ich werde mal gucken, dass ich dieses Jahr zeitnah noch irgendwie ein LK-Turnier besuche oder ein, zwei, damit ich zumindest nochmal einen Pflichtspielsieg hole und auch ein bisschen was in meiner LK-Wertung gut machen kann und da mit einem besseren Gefühl auch so für die Gesamtsaison irgendwie rausgehe und nicht nur sagen kann, Mensch, irgendwie hast du nur alles verloren. Nachdem letztes Jahr ich ja immerhin eine Bilanz von 5 zu 7 hatte nach Einzelnen, möchte ich jetzt irgendwie nicht mit 0 zu 3 nach Einzelnen und 0 zu 2 nach Doppeln herausgehen. Dazu beitragen soll mein Trainingserfolg, den ich gerade so ein bisschen für mich verbuche. Ich habe ja ein paar Einzeltrainingsstunden genommen, so ein Zehnerblock bei unserer Tennisschule und die helfen tatsächlich sehr. Ich habe ja in dem Fall sehr stark den Fokus auf das Ausbessern von technischen Defiziten gelegt und habe massiv an meiner Vorrunde gearbeitet und merke halt, dass das unglaublich gut tut. Also so ein Einzeltraining, das hat schon einen riesen Mehrwert. Also ich entwickle da so mehr Selbstsicherheit und auch ein Gefühl dafür, dass ich auch merke, okay, natürlich, wenn ich die Vorrunde nochmal vernünftig beigebracht bekomme und da auf ein paar Sachen grundlegend achte, dann fühlt sich das besser an, dann sieht das besser aus und ich kann vielleicht auch ein bisschen mehr Druck machen, ein bisschen mutiger sein und mutiger heißt ja bei mir dann vielleicht schon, den Ball über die T-Linie zu spielen und nicht nur ins T-Feld. Also das hoffe ich, dass ich das auch demnächst noch auch anwenden kann und sehen kann, dass sich das nicht nur gut im Training anfühlt, sondern auch in Matches das funktioniert und da habe ich auch noch ein paar ganz gute Gelegenheiten. Beispielsweise haben wir jetzt demnächst unsere Clubmeisterschaften, da habe ich in Runde 1 ein Los abbekommen, was ich nicht besiegen kann und wo sonst soll man quasi voll auf den Punkt gehen oder ein bisschen mutiger spielen, wenn man sowieso keine Chance hat. Also das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, da vielleicht ein bisschen mutiger heranzugehen gegen den Gegner, gegen den ich bei einem anderen vereinsinternen Turnier diese Saison bereits 0-6-1-6 verloren habe. Da kann es nicht schaden, wenn ich da mal vielleicht dann in diesem weiteren Aufeinandertreffen ein bisschen anders herangehe und dann das Erlernte im Training versuche anzuwenden und da vielleicht ein etwas mehr drin ist. Also das ist so noch ein bisschen das To-Do, was ich für mich so spielerisch noch für den Rest der Sommersaison auf dem Zettel habe. Und da muss ich mal gucken, wie das auch weitergeht hinsichtlich Training. Ich habe schon so ein bisschen die Versuchung, dass ich überlege, dass ich im Winter auch weiter Trainingsstunden nehme. Aber ihr kennt das auch, im Winter Trainingsstunden, das ist nochmal ein Stückchen teurer. Gerade wenn man Einzelstunden nehmen möchte und halt zusätzlich die Halle bezahlen möchte und das halt über mehrere Wochen, das summiert sich dann doch auf ein ordentliches Sümmchen dann am Ende zusammen. Und darum muss ich mal gucken, wie das finanziell so aussieht, ob ich das für mich vertretbar finde, ob ich vielleicht auch zu zweit mit jemandem gemeinsam Trainingsstunden buche. Da muss ich mal schauen. Aber ich merke halt wirklich, ich brauche Training. Das tut mir, glaube ich, ganz gut. Und da kann ich dann auch vielleicht nächste Saison auch eine bessere Rolle bei den Medenspielen oder vielleicht auch schon bei den Medenspielen im Winter. Aber dazu kommen wir vielleicht in einer späteren Moonball-Aufnahme nochmal, wie es da dann genau aussehen wird. Ja, und abschließend will ich das heute mit einer noch für mich freudigen Nachricht. Ich will heute nicht so lange reden, so unter zehn Minuten sollten wir heute mal herauskommen mit meinen Neuigkeiten hier. Denn wir hatten gestern im Verein unsere lang aufgeschobene Mitgliederversammlung. Durch Corona, das habt ihr bestimmt mitbekommen, diese Thematik, war es ja schwieriger, Mitgliederversammlungen abzuhalten. Und da haben wir glücklicherweise gestern einen vernünftigen Rahmen, ein vernünftiges Zeitfenster, glaube ich, gefunden, um eine Mitgliederversammlung unter guten Umständen stattfinden zu lassen. Und ich hatte es ja auch schon erwähnt, ich bin ja seit einiger Zeit kommissarisch bei uns im Vorstand tätig, als Sportwart und als Pressewart. Und jetzt bin ich auch demokratisch legitimiert, wurde gestern ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen quasi ins Amt gehievt oder in beide Ämter gehievt. Ich musste tatsächlich zwei Abstimmungen überstehen und bin natürlich sehr, sehr dankbar für und freue mich, dass ich da das Vertrauen auch gewonnen habe. Das war ja tatsächlich Formsache, weil es gab jetzt keine Gegenkandidaten, auch für andere Positionen nicht. Aber das bestärkt mich trotzdem darin, dass ich jetzt weitermache wie bisher. Das ist ja auch mir bisher, glaube ich, vom Feedback, was ich bekomme, ganz gut gelungen. Und ich werde da weiter irgendwie daran arbeiten, den Verein dann in sportlichen und in öffentlichkeitsarbeck technischen Gründen voranzubringen. Und auch hier werde ich immer mal wieder darüber informieren, wie es mir da geht, was ich da so mache. Und kann natürlich nur empfehlen, dass ihr den Instagram-Account vom TC Hilden abonniert und auch Facebook, wenn ihr da noch unterwegs seid und öfters mal vielleicht guckt, was vielleicht der TC Hilden so zu vermelden hat. Denn oft kommt das wahrscheinlich dann aus meiner Feder. Und ja, das ist weiterhin eine Sache, an der ich sehr, sehr viel Spaß habe. Und auch hier werde ich euch, denke ich mal, bei Moonball öfters mal auf dem Laufenden halten. Vielleicht in einer der nächsten Ausgaben mal, was man so hier auch vereinsintern jetzt auch mal gemacht hat, was ich auch mal probiert habe, auch in meiner Rolle als Sportwart. Und dann auch vielleicht darüber mal so ein bisschen in den Austausch komme. Das schätze ich ja immer sehr wert, wenn ich hier auch Gäste habe bei den regulären Interviews, die mir erzählen, wie es bei ihnen so läuft, was ich da auch für mich mitnehmen kann, dass die auch vielleicht mal bei mir etwas mitnehmen können. Und da werde ich auch, denke ich mal, wie gesagt, in Zukunft hier nicht nur das Sportliche erzählen, was ich ja sowieso nicht ausschließlich mache, sondern auch ein bisschen aus meiner Vorstandsarbeit. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Und ja, bis dahin würde ich sagen, habt eine gute Zeit. Freut euch auf die nächsten Interviews. Da habe ich jetzt schon demnächst wieder ein paar Termine, die ich ausmachen werde. Dann wird das, glaube ich, alles super gut. Dann wird es auch bald wieder eine kleine Herbstpause geben, aber die will ich nicht allzu klein werden lassen. Und sonst gilt halt wie immer der Aufruf, meldet euch bei mir, wenn ihr Teil vom kleinen Tennis-Podcast sein wollt, wenn ihr auch mal ein Interview oder ein Gespräch haben wollt mit mir. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch meldet. Bevorzugt werden aktuell Leute, die eine LK3 haben, denn die fehlt mir bekanntlich noch, damit ich von LK1 bis LK23 alle durch habe. Oder auch Damen, die sich ja immer ein bisschen schwerer tun, im Podcast zu Gast zu sein. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht schon mehrere Jahrzehnte Tennis spielt und in den 50er, 60er oder vielleicht noch früher geboren ist, dann freue ich mich auch nochmal riesig, weil altersmäßig könnte ich auch noch ein bisschen mehr das Spektrum des Tennisspielens abdecken und freue mich da, wenn es da Empfehlungen gibt oder ihr mir sagen könnt, dass ihr dabei seid oder dabei sein wollt. Da würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, genießt die letzten Wochen mit dem Sommertennis und dann bis bald. Bis bald.